Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fasemphobia mit Otto Hoffmann, der ist ja ganz schön oft dabei. Wir wetteln den Part und jetzt viel Spaß. Otto? Ja? Sag mal, wie hat die? Hallo? Gut so. Ich muss hier kurz den Audi-Lautstärke so... Okay, der Generator ist ein Killer. Fasst du uns? Machen wir auf ein Thema herausgeschritten. Wie bitte? Machen wir auf ein Thema herausgeschritten. Spiegel. Nice. Ich habe Foto. Na, du hast... Ich würde sagen, wir gehen in den Keller. Wenn man wissen, es haben wir auf Anfänger oder fortgeschritten. Auf Anfänger, ne? Weil wir sind gestern so oft gestorben. Zumindest du in Max. Bevor du irgendwas machst, ich muss kurz was mit meinem Audi-Kollektiv machen. Mikrofon, Audio, Mikro... Okay. Das macht eine Lampe aus, weil wenn du sie spielst, hab ich mir mehr Marsch. Das sieht nach diesen Garagenzimmer aus. Da wo die... Da ist ein Wäsch-Trockner drin. Da sind Waschmaschinen. Ja, okay. Welche Raum sind Waschmaschinen? Den Keller da. Also genau hier. All right. Bei uns sind Waschmaschinen, Spielmaschinen, Küche. Ja, 14, 16, 16, 17. Waschmaschinen und Trockner. Da gibt es ja auch Fischmaschinen. Ja, genau. Hier war. Ich muss sagen, ich guck mal. Ja, 6 Grad haben wir. Hier ist wieder viel wärmer. Also in der Garage drin ist wärmer als hier in diesem Vorraum. Also hier, ja, hier zu abgeben. Okay. 13. Ja, dann. Und man hat das. Ich hab so eine schnelle Runde wie möglich. Ich hab so eine Frau aus, Digga. Und ich freu mich schon auf, wie das Updating. Ich kann nicht mehr machen. Also du bist ein masculinityvoll wird. Okay. Ulrich startet mit dem Fall. Du kannst machen, wenn du Platz hast. Nee. Ne. Bääää. Du hast mich nicht mehr gemacht. Gäbe. Aber holt kurzfristig bitte. Du hast an Autos nicht gedacht. Okay. weiß wie ich sie verstehe weiß wie ich sie alle nicht in die Tür ist besser? bitte Ja, kann ich schon sagen. Sehr gut. Also jetzt ist es besser, ne? Wie bitte? Jetzt ist es besser. Jaha! Okay, gut. Handabdruck, handabdruck! Ich sehe keinen Handabdruck. Mann, man löscht jetzt auf. Einfach auf der Tür. Ah, hier. Ja, mach Foto. Ich hab Foto gemacht. Der erste Beweis. Fingerabdrücke. Okay, jetzt müssen die Dots einfach... Mach man... Ja, nein, nein, nein. Ja, das ist leise. Komm... Eli. Hast du Stativ aufgestellt? Ja. Gut. ich finde immer diese alten skater spieler anflusser so wie gebot oder oder tarot karten dort er ist es auch es kann aber okay kann er es kann banshee sein mit der zweite das kann sich mal gesehen das aber auch nicht mehr sehen wir fliegt temperaturen und er kann es wenig sein ja stimmt ja wir müssen müssten mit geisterung sein gerne weil so könnten wir den geist irgendwie in akien und die mimi kann ich gehe jetzt einfach mal jemand ja nicht hätte sie passt gut noch sagt wenn sie schon wieder geht auch ein paar sind tschüss tschüss ich bin 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 wir haben geister box geister orbs also näher der mimic zeigt seine geister orbs deswegen ja kommen wir es einfach so wäre es jetzt sagen ist es mir nein wir müssen drei mit mf gerät und mit thermometer ich nehme mf gerät mit kommst du müssen wir es mit jürgen noch mal nachgucken ob es vielleicht kälter wurde ich mache immer gerne mal jedes licht aus weil wir nachhand der klasse ich habe ein grad gefriert ja ich habe auch gefriert und ja ich habe auch gefriert hatte wir hatten wir hatten geist er hat nun geist ist nämlich ja okay es ist es kann nur noch die beweise machen keinen sinn wenn die geist mit geist er auch sind falsch weil geister oder mimik zeigt ja seine geister orbs also geister aufs wegstreichen ja ich habe einfach und nicht weg gestrichen ich habe für nichts gemacht auf nur der mbrot die seite zum noch nehmen im mädchen schnappen äh weiß schon was die er okay sie hier ist ein weiterer Schraubel er hat so gemacht und er war für Doppel die im Mainz nein wo man bitte mehr taschen war schon was kann man bis zum verarschen oder bei der interaktion unten hat abdruck nach oben nach oben von der tür und zweimal okay richtig der zweite foto macht gar nichts gebraucht das ist nicht das ist ein flackert noch mal bitte zu dauern wenn wir das war aber schon hey 3 ich habe das verlohnt 1 in der meinte ich hab doch noch die anderen ja er kommt ich hab ich hab die foto berat und die fraktion leuchten was ist leute dahin wo es ist leuchtet noch richtig schön ich sehe doch den handabdruck schon mache ich sehe nicht ich sehe den foto nicht macht es ja nicht okay die traktion und läuft durch die auf dem handabdruck ich sehe den nicht ja ich sehe ihn aber macht es doch einfach richtig alles gut wo soll ich denn wissen wie du denn siehst du jetzt nein du musst weiter immer wenn ich ein foto machen soll ich sehe ich ihn auch nicht und macht ein foto und das ist auch also dann mal leise jetzt aber ich bin hier wir müssen nicht mehr rein auch wenn man sich setzen die oben oder sowas Let's go! 50